Okay, die bekriegen sie hier unten. Sehr schön. Oh, okay. Ja, schon gut. Sind die schon fertig miteinander abschlachten? Weil das Lager da scheint nicht sonderlich geschwächt worden zu sein. Ja, schon gut. Oh, die rennen jetzt aber nicht zu mir hoch, oder? Ja, schon gut. Die hier sind jetzt hoffentlich alle damit mehr beschäftigt, zwischen ihren beiden Lagern hin und her zu rennen, als auf mich loszugehen. Ja, schon gut. So, Schmelze mal wieder richten. Ich weiß es schon ziemlich viel noch unterwegs hier. Was wollt ihr? Ja, ich will ein mittleres Haupthaus. Ja, ich will ein mittleres Haupthaus. Ah, mögen eure Wege mit Gold bedeckt sein und eure Taten mit Ruhm vergolten werden. Okay, nichts Neues von dir. Ja. 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 So, unsere Biene. Einer? Ja, ja! So, ihr schnittert Zelt. Da. Hier zwei errichtet mir eine Späte. Hier errichtet mir ein Wildschwein, also ein Keilerzelt. Jeder hier. Ah, ja. Kann ich gleich schon die nächsten fünf? Ja, kann ich. Das Gebäude ist einsatzbereit. Das Gebäude ist einsatzbereit. Arbeit, ja! Und ich merke, wir kommen hier langsam an unsere Ausbildungsgrenzen. Aber ja, so wie es aussieht, tun die uns jetzt komplett ignorieren. Oder fast komplett. Sieht halt irgendwie fast aus, als ob das eine Lager jetzt gleich im Eimer wäre. So, großes Haupthaus. In die Mitte. Nö. Ja, das Blutheiligtum nachher in die Mitte. Ja, schon gut. Ja, schon gut. Ja. 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 verbesserung ist fertiggestellt arbeit immer noch arbeit keine last ihr könnt mir hier gleich einen ganzen neuen holzfäller lasst uns lieber krieg führen wohin gut na los das gebäude ist einsatzbereit na dann geht fällen wir haben uns nur noch das blutheiligtum und die ruhmishalle irgendwie gefällt es mir auch auf der anderen seite nicht dass es ruhig ist gerade das gebäude ist einsatzbereit verbesserung ist fertiggestellt so blutheiligtum ok es geht los die ersten angriffe für den clan so so ja da sterben meine schweinchen ein gegenangriff ok ich würde aber sagen wir nutzen die feuerpause gleich mal sobald ich eine beruhmeshalle noch errichtet habe also in auftrag gegeben habe nutzen wir die feuerpause dann mal kommt noch ein veteran um zu speichern um zu speichern speichern bedaufte phoenix und da gibt es jetzt erstmal einen cut für innen bis gleich Untertitelung. BR 2018